ARD Text im Auftrag von Funk Moin Moinig allen Schnittchen, herzlich willkommen zu... Äh, geh mal weg Peter, küsst du dich, geh rein, geh rein, geh rein! Geh rein! Nice, ich bin tot. Autsch! Ich bin ganz oben auf dem Leuchtturm. Drei Leute sind auf dem Leuchtturm, laut meiner Seher-Fertigkeit. Ok, Bram hat Jay gemacht. Ich hab hier oben gar nichts gemacht, also ich hab aus Versehen einen gemacht, ich weiß noch nicht wen, weil wir in der Smoke stehen, weil ich den Disco gespisset hab, bevor die Zeit losgegangen ist. Ja, aber du hast dann ja offenbar auch Jay abgeschossen. Ne, geschossen hab ich oben nicht, ich fahr runter. Also unten bin ich. Im Aufzug. Da ist ne Halleluja irgendwo. Die war, die war aber in Richtung Leuchtturm. Kam von oben runter, glaub ich. Kann irgendjemand mal... Confirm irgendwie? Jay war Jackal, der war oben. Oh, what the fuck? Wieso geh ich dich nicht? Peter ist umgefallen da oben. Darosch. Ja, ja. Bin ich der Letzte? Ja. Jupp. Du stirbst in drei, zwei, eins. Ah ne, Dado hat nur umweg gelaufen. Drei, zwei, eins. Ah, die Waffe ist aber auch cancer, alter. Ja, mit allen aus der letzten Folge. Juhu. Ich hab auch nur Scheißwaffen gefunden, ne. Mann ey, da bleib ich, ich bin nach oben hängen geblieben einfach. Ich konnte da nicht mehr weg. Ich hab keine Ahnung, wie ich ja aus diesem... War halt sehr lucky, dass ich Traitor geworden bin. Ja, aber Scheiße war dann, ey. Wir hätten nicht einfach sagen müssen, geh mal weg, sondern komm mal hin. Wir hätten in den Raum reingehen müssen. Und nicht raus. Das war richtig doof. Ja, also ich mein im Sinne von geh mal da weg, wo du stehst. Ja, genau. Eigentlich hätte man in den Raum reinlaufen sollen und nicht nach draußen, wo man wegfliegen kann. Etwa... Ja, ich geb jetzt zu. Ha! Unglücklich war das. Oh Gott. Oh Gott, Peter, tu das nicht. Aber ich mein, das ist halt vorher gezündet. Peter. Present of fate. Give me dein Meth. Auf die Brücke. Peter, give me dein Meth. Nee, ich wusste nicht, dass du da oben stehst. Ja, hier liegt auf der Brücke. Musst du dir jetzt nehmen. Ja, ja, klar. Nee, dann sterb ich nachher. Give me dein Meth. Du wurdest beschossen, by the way. Wurde ich? Ja, von dem Wissenschaftler-Ding. Der wollte dich von der Brücke stoßen. Das ist kein Wissen... Das ist kein Brücke stoßen. Das ist Science, Bitch. Ah, ja, okay. Und ich war es nicht, leider. Ja, Bram ist hier oben. Hallo. Was ist hier durch hier oben? Geil, komm, wieder Disco zünden. Alles klar. 3, 2, 1, go. Nee, einer hat eine geschmissen. Äh, Dalu war das dann. Ich hab ne Smoke geworfen hier. Banausen. Okay, dann schmeiß ich jetzt der Disco. Huh, tschüss. Hab eine geschmissen. Auf eigenes Risiko. Hallo. Risikospielst du immer auch? Da oben hat einer den anderen weggemacht. Ich weiß aber nicht wer. Dalu, Dadosch oder Dadosch, Dalu? Wahrscheinlich Dalu, Dadosch. Wahrscheinlich, ja. Disrespekte mich nicht, ja? Jetzt weibel ich mich aber auch. Vollkommen okay, ne? Aber so geht das ja wohl nicht. Hier, warte. Hier, zack. Da, hier. Okay, sehr gut Dadosch. Nehm alles zurück, du hast ihn gemacht. Oh. Ja, guck mal, es geht weiter, die wilde Part. Guck dir das an, du. Hier on fire. Oh Gott, Christian, was hast du gemacht? Ja, ist gut. Nix, ich muss hier weg. Alter, warte, fuck. Oh, oh, oh. Oh nein. Alter, wie viele böse waren denn da noch? Oh, fuck, ich bin... Ähm. Oh fuck, ich bin... Aua. Ja. Oh, der mit dem Zelt da. Komm her. Ja, siehst du? Siehst du das ehrlich? Ja, ich hab ne Sniper, Junge. Ja, ich nicht. Über den Meth. Ich hab keine Sniper. Meinst du, das kann man so weit schmeißen? Über den Meth. Hm, das ist alles nicht so gut. Nein, lass das. Oh, fast. Lass das mal. Aua. So. Oh. Kann man Bärenfein auf Treppen legen? Ja. Gute Frage. Kannst Bärenfein... Weil ich hab die auf die Treppe gerichtet. Eigentlich hätte die gar nicht hochkommen können. Über die Treppe. Das wird hier einfach enger. Du kannst dann nicht da... Ja, aber du hast doch einen Aufzug. Das, was warst du? Aber sind alle mit dem Aufzug hoch? Trader, oder? Ich bin auch mit dem Aufzug hoch. Ich war Trader. Okay, Jay war dann Jackal oder was? Ich war... Ich war Eddo. Wieso? Nein, du warst Camper Joe. Aber Jay hat auch auf Peter geschossen. Aha, wenn du jetzt nochmal C drückst, dann... siehst du das auch, wenn du oben rechts auf Scores gehst. Ja, ich hab halt gedacht, okay, da werden nur noch Böse sein. Ja, ich hab mich voll... Ich war wirklich total verwirrt, weil alle auf mich geschossen haben. Chris auch. Und Dardosch wollte mich töten. Und du. Was ist denn jetzt los? Ich hab Damage gekriegt! Der Random Damage für den Dardosch. Oh Mann, ey. Im Himmelschau und Flashbang. Wooh! Ich wurde vergiftet! LOL! Das Timing! Es war Bram. Okay, okay, okay. Wo ist der? Bram war Jackal. Achso. Achso, okay. Ja gut, Peter ist dann entweder Treader oder Saga. Dann muss er die Poison Gun gedroppt haben. Hat er die Poison Gun gedroppt? Warte, werd ich sofort abschicken. Ich hab hier nix auf diesem Scheiß Ding. Aua. Was machst du denn da eigentlich, Jay? Ich seh doch nix mehr, Mann! Du rennst mit einem Benzin-Fast. Weiß ich nicht. Ich hab ne Golden Diegel, die will ich dafür nicht wegwerfen. Ich hab keine Ahnung, wo die sind. Oben trinkt wer. Ganz oben trinkt wer. Ja, oben hat einer getrunken. Oben hat jetzt wieder ne Diegel. Ganz oben. Oben im Leuchtturm. Ich glaube, der ist nicht mehr ganz oben. Ich lebe noch! Der ist nicht mehr ganz oben. Der ist mit dem Flopper runtergesprungen. Oder? Ähm. Okay. Guck mal. Geh da bitte weg, ist gefährlich. Nein! Oh Gott! Hast du dich selbst gezogen? Ja. Mh. 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 Ach, guck mal, einfach mal. Schönen Tag, Mr. Apfel. Hallo, Apfel. Ah, oh! Gut, dass ich vorhin bin. Alter, bin ich geflogen, Mann! Huiuiui! Da ist noch einer geflogen. Da ist noch einer geflogen. Das ist immer der gleiche. Ich bin immer, wenn ich Freerider bin. Hier ist ne, ich bin tot. So, hoffen wir mal. Wo ist hier? Wissenschaftler. Warte, warte. Nein! Ach, deswegen hattest du nichts in der Hand. Ich bin Jäger. Ich hab die einfach mal platziert. Einfach mal platziert. Da krieg ich ja die Minuspunkte für. Minuspunkte. War ja interessant. Ich auch. Und wir lügen beide. Sollten wir einen Jakar haben. Dalu, du stehst da echt gefährlich. Ist ja dann eigentlich klar. Drei Leute. Was ist denn jetzt passiert mit mir? Jäger geht mal richtig in die Luft. Halt, Gravity oder wat? Wat ist dat? Bist du da etwa in dieses Ding da reingesprungen? Ich hab... Keine Ahnung. Wer schießt auf mich? Wer schießt auf mich? Wer schießt auf mich? Dalu, du Ficker! Dalu, du auf den Dach schießt auf... Jo. Keiner abgeschossen. Da hat einer was gekauft. Oh, Fartgun. Oh ne, bitte nicht auf mich. Peter, lass das bitte. Ey. Aufstehen lassen, Christian. Ups. Der nix. Sie ging nicht auf mich. Oh Gott! Bist du nicht schon wieder die Fahrt, Rocket, auf mich? Der hat auf mich geschossen. Ich glaube, er hat getroffen, oder? Oh, Dalu's Waffe ist zumindest runtergefallen. Oh, und dann ist der Armatid umgestorben. Ich hab nichts gesehen, Alter. Am Ende war das mit dem Gift so extrem. Ich hab null gesehen, Alter. Du hast Bram auf dem Gewissen hier. Ich hoffe nicht. Ne, den einzigen, den ich tatsächlich auf dem Gewissen habe, ist dadurch, weil der leider in meine Falle gelaufen ist. Richtig fies. Und dann wurde ich auch noch erschossen. Ich stand da einfach nur und hab dann schrieben... Moment, von wem bist du denn erschossen worden? Ich glaube, von Jay. Das ist ja perfekt. Ne, der hat keinen Innocent-Kill. Also irgendwie dachte ich doch... Den einzigen Innocent-Kill hat Datenkappen. Ich hab dich nicht erschossen, glaube ich, oder? Laut Squad. Ich bin gerade echt nicht sicher. Aber das wäre ja super, dann habe ich dafür auch keine Minuspunkte gegeben. Kommst du da dran? Ja, weil... Also ich stand halt da... Ich weiß nicht, ob ich jetzt dreizeitig gestorben bin, aber da hat jemand auf mich gezielt und ich hab nen Schuss gehört. Tschüss, Bram. Was ist das? Wie immer das selbe Fehler. Ich glaube, er wollte ich mit nem Schneeball bewerfen. Ne. Oh nein. Oh, scheiße. Oh. Oh, shit. Gehen bleiben. Aua! Alles schlecht. Oh, shit. So, was hab ich nochmal als Stuntman? Weder Fallschaden, noch Explosionsschaden, oder? Oh, shit. Du kannst auch in Brandgranaten laufen. Oh, shit. Oh, shit. Nein, nein, das stimmt nicht. Oben auf dem Turm liegt grad ne Disco, aber ich mach die grad weg. Okay, ist weg. Ich will dich fressen. Ah, der Jay spielt wiederum mit seinem Polle-Geist. Can I eat you now? Was ist mit seinem Knife hier durch die Gegend? Hör auf damit. Hab ich jetzt den Knopf nicht gedrückt? Nein. Scheiße. Knife zocken. Nein. Nein. Scheiße, Alter. Ich kann das gar nicht aufnehmen, weil die Schuriken sind im Weg. Aua! Das war der Jay. Das war der Jay. Das war der Jay. Ne, das war der Jay. Wie soll ich das denn machen, bitte? Was? Der Aufzug jetzt da. Geht doch. Oh. Ach, Alter. Nein. Hey! Hey, bist tot? Bist du bis tot? Der Aufzug. Dadurch hat mir auch irgendwas auf mich gezielt. Dadurch hat einmal mit einer Diegel geschossen und verfehlt, möchte ich sagen. Ja. Ja. Aber irgendwas hat in der Hand nicht gehabt, er wollte irgendwas auf. Du hast verfehlt mit der Diegel. Ja und? Soll ich nochmal schießen? Ja. Jetzt hast du normale Diegel in der Hand. Nein. Ich hatte die ganze Zeit nicht. Nein. Ich hab's geschossen. Ich hab's geschossen. Ich hab's geschossen. Dalu und Chris sind das nicht. Alles gut. Wieso zählst du immer so auf mich? Und wenn ich mich anguck, guckst du weg. Ich muss gucken, was du das für ein Quatsch machst. Das hat schon einmal mit einer Diegel geschossen. Das ist korrekt, ja und? Darf ich das nicht? Nein. Nein. Oh Peter, schießt du jetzt auf mich? Nee, okay. Nö. So, das ist so ein typisches Nein von Dalu und dann stirbst du. Das stimmt allerdings. What the shit? Hilfe? Hey! Alles gut. Nix passiert. Oh, okay. Hab ich als Stuntman wirklich keinen Fall-Damage? Bist du blöd? Seid ihr alle? Wer lebt denn noch? Ich leb noch. Ich truste euch nicht. Ihr beide? Dalu ist wiederbelebt worden. Okay, ich schieße jetzt auf. Dalu ist wiederbelebt worden? Der ist doch innocent. Ist das safe, dass Dalu interessant ist? Ja, Watercut kommt. Okay. Ich schieße einfach auf alle, die ich sehe. Oh, nevermind. Oh, what the fuck. Wo ist denn? Ach da. Dalu, ey! Hast du deine Brille verloren? Das war richtig gut, Peter. Wieso? Ja, war echt nice. Ich wollte dir gerade sagen, weil der Punkt kam gerade im Aufzug, dass Dalu nach oben fährt, aber da hast du schon geschaltet und Dalu gekillt. Mein armer Terrasse hat nicht getroffen. Du meinst auch nicht bei Dalu. 800x600 auflösen. Ich hab nach oben geguckt, also ich war komplett nach oben fixiert. Also hab ich echt null gecheckt. Hab man gemerkt. Ja, ja. Hab man gemerkt. Aber ich hatte vorher schon Schüsse auf die beiden haben können. Die standen ja still, aber... Das da oben bei euch. Das war ganz schön sneaky, Alter. Jay! Du kannst das Spiel spielen, wenn du das möchtest. Du Arsch! Oh! Das Spiel kann man spielen. Du bist der Random Damage, den ich selber bekommen hab. Du hast mich blockiert. Jeder war innocent. Jay... Der Mörder. Ich hab Jay. Ich hab Jay. Ich hab Jay. Kannst du den auch confirm, bitte? Ja, wenn die... Erstmal Peter hier... Ich... Wo ist die Leiche hin? Jay wieder will die anderen. Ne, ne. Nein. Äh. Wo war innocent? Das ist ja... Darlow hat auf mich geschossen. Okay, aber... Hä? Du hast doch auch was an der Seite. Achso, du warst Vampir wahrscheinlich. Darlow hat auf mich geschossen. Ja, mit dem... Mit dem Newton-Lautscher. Wo wir uns doch nicht geschossen haben. Äh... Mit... Irgendwas, was... Kein Sound macht. Entweder... Vielleicht hab ich auch nicht geschossen. Mit Fartgun. Du hast mit der Fartrocket geschossen. Hab den Schuss doch gesehen. Ich hab mich selbst umgebracht. Aua. Achso, ich geh mich einfach erwürgen. Das ist doch... Machst du einfach nicht, oder was? Fein. Nur noch peinlich, weil ich hier gelassen habe. Du hast mich getroffen. Darlow, magst du jetzt endlich mal da reinfliegen? Sag mir, wo? Achso. Ähm... Einmal... Nein, bitte nicht! Nein! Äh... Bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Ja... In beiden... Oh, da war er. Jaja, wie ihr seht. Ja, was machen wir denn da jetzt? Vor allem, wo sind die? Also... Bram und Dulacard. Jaja. Äh... Bist du... Scheiße, ich kann dir nicht fragen, wo du bist, aber ich hab immer gesehen. Hab ich den wieder nicht gekillt? Ja, leck mich doch am Nüsschen, ey! Da ist einerweise wer Darlow. Aua! Ich bin tot! Und Jay lebt ja auch noch. Warum sagt der denn nichts mehr? Ja, das ist nicht Jay. Äh... Ach... Das bin ich. Boah, Jay hat Fehler gemacht. Danke, Chris. Wieso tutest du mich? Wieso tutest du denn mich? Ich hab grad den... Schuss auf Darlow gehabt, du? Ja, ich mach's drauf, ja. Wieso lebt Jay noch? Dann hast du gesagt, das ist nicht Jay. Dieses künstliche Aufregung von Darlow, ey. So schrecklich. Ich hab gesagt, das bin ich. Naja, ich hab gar nix gesagt. Werde dich mal nicht so an dadurch. Wirklich. Er kam im TS nicht an. Ja. Ja, okay. Ich meine, ich hätte gehört... Das ist er nicht, oder so. Ah, das ist er nicht. Hat er gehört, ey. Du hörst das, was du hören willst! Ja, das ist er nicht. Das ist er nicht. Das ist er nicht. Frammen nicht töten. Ey, mach ich nicht. Was hast du denn da gemacht, Jay? Warum warst du denn da? Das ist er nicht. Peter? Ja, warte hin. Was soll das? Wir sind einfach... Besten. Aber die Klasse sind noch teilweise auf. Ey, wenn irgendeiner im Fight ist, muss er einfach anfangen zu schreien. Ich rette den dann, ja? Okay. Egal wer. Ne, Müß! Müß! Das ist aber ein Kampfschrei. Gewürt nicht. Schlechter Schlachtruf ist das. Müß gewürt nicht. Oder auch nicht. Klar, gewürt müß. Kein Schlachtruf. Da hast du mich jetzt eigentlich. Oh, Darlow stirbt sofort. Ne, noch nicht. Wo waren wir dann auch, falls ich dann irgendwann nochmal brauche? What the fuck? Das war Chris, Chris! Chris wollte mich töten, aber ich hab überlegt, ich bin Stuntman. Oben. Chris ist es Divinity. Oh. Jo. Aber der könnte wieder kommen. Du hast den falschen ausgesucht, du Halonke. Das war echt sehr Pech. Der ist bei dem mit dem Freebrunner. Der ist wieder beliebt worden. Christian lebt wieder. Der Adler ist nicht tot. Ich wiederhole. Der Adler ist noch in seinem Netz. Ist er bei dir oder am Spawn? Ne, der steht neben mir natürlich. Der ist tot. Er ist tot. Er ist tot. Er ist tot. Er ist tot. Müs. 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 Okay, Jay ist dann ein Böser. Der hat Bram gekillt, oder? Ne. Doch. Wie? Doch, Bram ist tot. Jay ist ein Böser. Wo war denn Bram? Bakio, oben auf dem Turm. Da bist du wahrscheinlich auch. Da werde ich aber nicht hingehen. Doch, einer ist oben auf dem Turm. Ich bin nicht oben auf dem Turm. Doch, bist du. Es ist die Frage, ob wir noch einen Jakar haben oder nicht. Wenn nicht, dann ist Jay versus 3. Das ist eine harte Herausforderung. Aber für ihn. Er wartet einfach, bis die Zeit runter geht. Er ist immer noch oben. Ja, er hat einen Hit. Autsch. Er hat aber nur einen. One-Hit-One-Burn. Muss ich jetzt hier weg? Läufst du eh nicht. Immer noch. Oh, der springt runter. Hab ihn. Lebst du noch, Peter? Ja, aber der kommt wieder dann. Der war innocent. Ne, der war Traitor. Okay, ich dachte kurz. Ah, gut. Dardo hat auch nichts geschossen. Sonst hat er keinen Jakar. Ich hab ihn auch getötet. Der muss aber wiederkommen. Ja, du kannst doch ein Jakar sein. Ja, bin ich auch. Ich hab auf Peter geschossen. Um ihn zum Sidekick zu machen. Mann! Womit hast du mich gekillt, Jay? Bloody Knife. Ah. Okay. Weil ich hatte nämlich den Little Helper. Aber der scheint gegen viele Sachen nicht zu helfen. Der ist halt nur Little. Hast du den noch aktiviert gehabt? Genau. Kaufst du den nur und aktivierst du den auch? Ne, ich war Hacker. Und ich weiß, wie man den aktiviert. Einfach in dem ich V drücke. Weil ich hab dieses Tasten gemeint. Weil das Slow-Motion-Dring funktioniert ja auch. Ja, okay. Und ich krieg auch rechts, die Anzeige läuft auch runter. Ich glaube, der Little Helper macht dich nicht mehr wie damals unverwundbar. Sondern zählt sozusagen als extra Schild. Und das Messer macht einfach bestimmt tausend Schaden oder so. Ja, wahrscheinlich irgendwie so. Da kommst du mit der Armour nicht durch. Das dachte ich mir dann auch. Jay, was war das? Jay! Hey! Hey! Ich hab jetzt Peter getötet, weil er Jay getötet hat. Ich hab keine Ahnung was hier los. Ah, okay. Wir fangen mal an zu confirm. Ah, okay. Na ja. Ein paar Minuspunkte sind okay. Hab ich gehört. Dann dementsprechend... Dadurch. Ja, das ist auch korrekt. Moment, dann muss das ja logischerweise... der Ausleihen. Hüß! Oh shit! Ich töd mich einfach selbst. Nee, du Betrüger. Christian lebt noch. Ja, ich ist am Strand. Sicher? Weil ich hab einen Radarpunkt oben. Äh, was? Der hat dich nicht getötet? What the fuck? Er ist in dem kaputten Haus. In dem roten. Ist jetzt links weggegangen von dir? Leider keine Waffe, mit der ich irgendwas anrichten kann. Wieso habt ihr so ne Waffe aufm Server, ey? MÜß! Achtung. Bombe. Kannst du dich mal töten? Hab ich. Okay, sehr gut. Ich war grad in meiner eigenen Bärenfalle. Hab ich dich für Lust? Was war das? Warum? Ähm. Ähm. Was? Du bist aber noch mal rum zurückgekommen. So nach dem Motto. Ja, jetzt muss ich dich leider töten. Ja, bevor hier alles auffliegt und ich noch blöder dran dastehe. Sowieso schon, ey. Scheiße. Das Christian noch am Leben hat mich gewundert. Ich dachte, Bram. Ich hab ihn getötet. Er ist aber wiedergekommen. Er war Gambler wahrscheinlich, oder? Ja. Ach ja. Der Gambler. Ich hatte ihn getötet auf ihm. Äh, wie läuft das mit der Bärenfalle? Also, die macht sich ja auf in deiner Hand und dann legst sie auf den Boden. Einmal, oder? Genau, aber du solltest so weit wie möglich von der weg sein. Ah, okay, weil... Ja, leg die weit nach vorne. Nimm den weitesten Winkel, den du haben kannst, dass du nicht in der Nähe stehst. Sehr gefährlich, das Gerät. Ich hab einen Stein in der Hand, kommt mir nicht zu nah. Christian ist sowas von Traitor. 100 Prozent. 105 Prozent, dass der böse ist. 100 Prozent? 125 Prozent. 125 Prozent. Warum, bitte? Hallo? Wo bist du denn? Oh! Sorry! Ja, ich dachte das war Christian, weil der ist gerade an dir vorbeigelaufen. Sorry. Wie, der ist gerade an dir vorbeigelaufen? Christian ist gerade nach unten gelaufen. Was macht die Pisse eigentlich da, Lu? Wenn du da rumliffst, ist alles cool. Ja. Dann kriegst du mehr Damage. Das ist wie bei... 30 Prozent mehr Schaden, wenn du die abbekommst. Guck mal, kann die nicht mal Angst einjagen. Ah, krasser Duke der Typ. Ich kann mir nie wieder weg. Ich bin tot. Wieso? Geh nach unten? Da steht der Christian drauf. Ist Christian jetzt tot oder nicht? Christian hat einmal... Ja, ich lebe noch. Free Sexty-mäßig. Weil er ja Free Sexty-mäßig um mich rumgelaufen ist beim Shoppen. So, einmal um mich rum. Mit W-L-A-D. So, und ich stand in der Mitte. Dadurch... Au! Alter, jetzt hätte ich dich fast gekillt, weil ich vorher vom... Ah! Ja, Jay! Jay, 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 Jay. Wo bist du? Wo bist du? Lebst du noch? Ey! Das bist du, sorry, sorry. War nicht mit Absicht. Doch, war Absicht anscheinend. Also, Dadurch ist Jackal, Jay... Nee, Jay ist nicht so wahrscheinlich. Doch, Jay hat... Jay ist Jackal, ich bin Traitor. Er hat mit dem Baseballschläger auf mich eingeprügelt. Okay, Daniel, was bist du denn? Ich bin ja Eno. Ach so. Ja, wieso nicht? Ja, ja, klar. Jay war nur Sidekick, nicht Jackal. Okay, das heißt, der Sidekick ist... Christian, wenn der noch leben sollte, ist der Trailer. Wer lebt noch dadurch, lebt noch? Der ist Trailer und einer ist noch Jackal. Und ich bin Inno. Also, seid ihr alle! Nein. Er kann... Jay ist Sidekick gewesen. Das heißt, der Jackal lebt noch und zwei Traitor. Und wir sind zu viert. Ja. Das heißt, zwei Innos. Wir sind zu viert. Wieso, wer ist denn noch tot? Pillar ist doch tot. Ja, dann ist er Traitor gewesen. Egal, die Wahrscheinlichkeit hat da nicht jemanden treffen. Der was ist, ist eh größer. Ja. Erstmal hab ich einen. So. Und ich bin tot. Märtyrer, glaub ich. Oh, doch nicht. Wo kann ich denn mein Leben wieder voll machen? Wo find ich das denn? So, die Leiche schmeiß ich weg. Hm. Der NL ist neu gespawnt. Ich schmeiß ihn doch nicht weg. Nee, nee. Schmeiß mich mal bitte nicht weg. Ah, ich hab's gefunden. Alter. Mit ner Harpune? So, bam. Geiber. Ich hab Dalu jetzt gekillt. Aber siehst du, kommst auch wieder. Dann hast du was der Trailer. Nein, ich bin tot. Ach so. Ach so. Du wurde mit einem Headshot gekillt. Das ist traurig. Hast du das? Ach. Was passiert da gerade unter mir? Ja, ich hab grad noch zu sehen Dalu gekillt. Aber Dalu, Gott sei Dank, das war schon suspicious. Da musst du zugeben. Oh, jetzt ist der leer. So, Dadosch, du lebst auch noch, wa? Und da vorne ist Chris, genau. Alles gut. Alles gut. Alles gut. Ja, dann glaub ich, das wird ja alles gut ist. Ja, das geht so. Hm. Hm. So, aber du hast nen Kollegen noch, wa? Den Dadosch. Der, oder der Döschchen. Kannst du immer mitmachen. Na, Flight of Shape, Alter. Du hast aber früh gesehen. Hab ich gehört. Versehen hab ich gar nicht. Musst du da noch mal hier unbedingt wegmachen. Alle Items verloren. Ganz umsonst eingeschobt. Lebt dadurch jetzt noch? Nö. Sind wir beiden die Letzten also? Ja. Okay. Na, dann wird nicht gekämpft. Wer hat das geschafft zu sterben? Ich bin verwirrt über die Sounds. Ich bin verwirrt über... Wieso... Wieso... Wieso sind die denn nicht neben mir immer? Also die sind neben mir, aber das ist irgendwie unmöglich. Ah, hier ist keiner. Okay, Dadosch, bist jetzt wieder da. Wieso? Wieso? Die gucken bei mir Waffen durch die Wände. Wieso? Das ist einmal. Dadurch sah so zweigeteilt aus. Ich glaub ich weiß wie der gestorben ist. Hm. Ja, was mach ich denn jetzt am besten? Schau mal da mal aus, Alter. Nerft ja mega hart. Kann sich ja gar nicht die ganze Zeit geben, wer ist ja voll behindert. Na Chris, was machen wir jetzt? Treffen wir uns jetzt irgendwo? Muss ich jetzt echt verarschen. No way. Alter. DALTER! Der hat's nicht geschafft. What the fuck? Leg mich am Arsch. Der war doch die ganze Zeit rum, wo bist du denn hingelaufen? Der ist in dem Licht gerade runtergefahren. Und habt ihr den Disco da gelassen? Alter, war das ein Timing. Der hat mich immer für Campen. Die Disco. Dadosch, wie bist du gestorben? Äh, ich hab Fall-Damage gekriegt. Ich dachte, den krieg ich nicht, wenn ich diesen Red Bull trinke. Aber anscheinend schon. Doch, du kriegst den. Nee, den kriegst du als Freerunner nicht. Da heißt, du bist einfach den Leuchtturm runtergesprungen, oder? Nee, nee, ich wollte so ein bisschen hoch einfach. Und ich hab halt einfach mega viel Damage gekriegt. War ein bisschen unlucky. Mein Kind. Tschüss, du Betrüger. Jay. Kannst du mich in dein Team holen, Jay? Bist du ein Jackal? Au! Oh! Hast du... Es ist Dadosch mit der fucking... Ich hab sie auch. Hey Jay, leg dich nicht mehr an. Ich schieß dich den Berg da runter. Okay. Spass. Er schießt wirklich den Berg da runter. Er schießt mich auch wieder zurück an. Oh, Flashy! Oh, ich bin ganz groß. Flashy. Achtung, Brom. Ich bin vergiftet worden. Brom, du warst das, ne? Nee, ich war das nicht. Muss Brom oder Peter gewesen sein? Mit dem Gehl. Ich war das nicht. Ich weiß nicht mal, wo er ist. Ich war das nicht. Ich war das nicht. Ich bin beschossen. Der muss Brom oder Peter gewesen sein mit der Poison. Der ist unten am Strand am Leuchtturm. Kann doch sowas gar nicht. Das ist so lustig. Oh, Peter hat ihn... Peter hat... Ja, Alter. Gibst du mir auf den Sack da oben. Jetzt will er nur, dass irgendjemand mich töten ist. Egal wer. Ja. Ja, schon irgendwie. Ja, glaub ich. Oh, jetzt bin ich tot. Ja, ich krieg immer. Das war Danu. Danu ist es. Brom, das war meiner Nasis! Das war ich, oder? What? Du bist an einem Märtyrer gestorben. Brom war doch Traitor. Brom lebt wieder! Oh! Scheiße! Hm. Ist jetzt der letzte, Peter? Ist noch Schakal? Nein. Was für eine zweite Traitor? Brom le! Okay, Dalu. Ich möchte dich wiederbeleben. Spielst du dann wie ein Traitor? Ja, können wir den Deal abschließen? Mein Mate ist braindead. Na zack doch schon mal. Chris, was bist du eigentlich? Äh... Gambler. Ich schaste den nicht, Dalu. War nur irgendwo ein Jackal, den ich wiederbeleben kann. Einfach damit der mich zum Sidekick macht. Oh fuck, da ist Christian! Lol! Ich hätte mitgespielt, ja? Ich wäre dabei gewesen. Heißen wir zum Schrammel. Das war ja da ganz sicher. Heftig gute Punkte geholt. Ich habe echt noch Beschnauze bekommen dieses Mal. Aber ihr könnt ja Sichten wechseln. Vielen Dank fürs Zusehen. Haut rein. Bis dann. Ciao! Tschüss! 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 Ved Einen